Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Motor heute unterwegs in Tatto mal wieder auf der legendären Map, die auch schon ein paar jährchen alt ist mit dem MAN Standard Bus und sag ich jetzt mal, äh genau Bezeichnung weiß ich, SG, SG 200 glaube ich, ja natürlich einen sehr interessanten Charakter hier, schmeißt doch mal in die Hütte, Achso, so, wir fahren eine kurze Linie, ah das war gerade Wocheende, äh fahren wir die 35 genau nach Spechtbrunn von der Täter Festhalle, genau, schauen wir mal, Weck mich, was ist denn Jens los, ey, ja, achso, ach das ist Kurs in allen, boah, was ist los, Null, Weck mich doch, machen wir es halt so, ich fahre nach Spechtbrunn, so, dann ist es nämlich jetzt auch völlig buggy, also, muss ich mal auf Fahrplan, so, Abfahrt ist um 13.30 Uhr, so, Abfahrt So So Guten Tag, hallo Äh, einmal nur mal Äh Drei Danke Bitte, danke Äh Ist die Kasse wieder falsch oder was? Hier haben wir das Ticket Ja, ja So Ist doch 2.80, na klar 20.03 5 Hier kommen 8 raus Äh, passt hier irgendwas nicht 5 Reif Ja Ja Dann kommt das dann noch falsch raus Auch einmal nochmal Danke, bitte Tag, hallo Ah, mäßig Scheiße, bitte, danke Tag Huch Was haben wir nicht vom Tippt Guten Tag, hallo So Einer Tage Äpfel Was ist denn jetzt hier los? Hä? Haben die Hintergrundtür aufgemacht So Fenster auf So So Sehr interessant hier, diese Kurve Ah Boah So So Wenn ihr ohne Pfeile fahrt, könnt ihr euch merken, Richtung Spechtbrunnen ist die vierte Ausfahrt Denkt euch mal die Vorfahrt beachten So Ah, Kreisverkehr ist ein bisschen crazy So Hier fahren wir durch, weil halt man nämlich nicht an Genau dann Ja schönes Fahrzeug, in dem Fall Gefällt mir sehr gut Was war sehr gut zu Tedauer Haltewunsch Also üblich, dass es so unklangenderweise Normalerweise bimmelt das ja immer Oh, naja Lenkt auch sehr direkt, muss man sagen Puh Ich verstehe jetzt gerade zwar nicht, dass wir ganz viel so eine Verspittung haben Aber, ja wohl, weil wir ein bisschen spät losgefahren sind Aber eigentlich Achso, ja auch für die, äh, für das Add-on Berlin Linie 300 Kam Update wohl Was genau drin ist, weiß ich nicht so ganz Ja So, hier sind wir auch schon Spechtbrunen Hier haben wir schon aufpassen, dass der Gegenverkehr kommt Wenn wir jetzt hier die zweite Einfahrt Da kommt er So Machen wir hier schon rumfahren Und dann passt das Ah, ist doch ne geile Cutter, ey Hier fetzt Oh So, wir sagen, wenn euch das jetzt bei gefallen hat Lasst euch ein Abo da und Daumen nach oben Wir sehen und hören uns Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Bis zum nächsten Mal